Ich bin am Fahrrad unterwegs. Und ich habe gedacht, ich mache heute mal Inventur, wie jedes Geschäft oder Business einmal im Jahr Inventur machen muss und schauen, was ist noch da, was wurde verkauft, mache ich heute Inventur, indem ich schaue, welcher Trick noch geht, welcher nicht mehr geht. Und es werden natürlich eher leichte Tricks, sie fahren ganz gerne an, wir sind da beim Step Up und ich weiß nicht, bester Trick wird vielleicht das 360, wenn überhaupt, aber schauen wir, was geht, los geht's. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, etwas mühsamer Beginn, aber es wird schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell ist etwas anderes, aber es gibt noch etwas zu tun. Ich nehme ihn. Das war's für heute. Ich muss jetzt nachher noch arbeiten. Und die haben mir jetzt ziemlich die Eier angert und den Ellbogen. Und ich mag am Abend arbeiten und nicht auf den Krankenstand gehen, so spontan. Aber ich bin jetzt 2.30 Uhr. Aber ich kann nur sagen, schreibt es mir noch nicht ganz ab. Ich bin noch nicht bereit, nur mehr E-Bike und Gravel-Bike zu fahren. Ich bin noch bereit, Tricks zu lernen. Ja, in dem Sinne, seid gespannt auf neue Videos. Und mal schauen, ob ich noch einen Trick jetzt mache oder ob es das war. Ich bin noch ein Trick jetzt. Ich bin noch ein Trick. 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 Vielen Dank.